ein herzliches hallo und willkommen auf meinem kanal und heute spielen wir jurassic world game dazu ich habe das anfangs tutorial schon fertig gemacht dann gut ja sonst wird es total langweilig beitreten da könnten wir uns los dann was er kann uns so gut wie gar nichts anhaben das war der größte fehler so ich wollte noch was dazu sagen was das spiel ich würde gerne noch clash of clans und clash royale aufnehmen könnt ihr mir ja auch unten in die kommentare schreiben was ihr dazu meint und ja das wollte ich einfach mal fragen könnt ihr mir in die kommentare schreiben ich werde alle kommentare lesen macht euch nur darum keine sorgen und ja ansonsten wieder eine stufe aufgestiegen ja wir können ja mal reinschreiben was ihr davon haltet und so werde ich nicht beachten also da wird ich werde auch nicht zurück schreiben und so ihr könnt von mir aus euch komplett in den kommentaren aus ihr könnt gerne kritik reinschreiben das ist für mich kein problem wenn mir da helft ja weil das ist auch noch ja ich würde es schon sehr freuen wenn ihr mir da bisschen tipps gibt was ich da aufnehmen könnte und so könnte ich sagen wir machen noch ich bin 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 die Behörden in Costa Rica haben alle Dinosaurier in Jurassic World freigegeben und und ich bin ich bin ich bin und ich bin ich bin ich bin ich bin die ich bin Ihr könntet mir ja auch noch reinschreiben, also wie lange ich die Folgen machen soll. Wie lange es euch recht wäre, wie lange es euch gefallen würde oder so. Ja, könnt ihr mir alles mal reinschreiben. Das nehme ich alles wahr. Genau die Anzahl, was er ein Leben hatte. Ansonsten gibt es eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Und dann würde ich sagen, wir machen noch die Kampffstufe. So. Und ja, morgen, morgen, oder, ich werde dann versuchen, regelmäßig. Videos zu bringen. Ich kann es natürlich nicht versprechen, aber ich werde es versuchen. Und ja. So, gewonnen. Und ja. Wenn ihr irgendwelche Kritik habt, Kritikpunkte an der Aufnahme und so, Ihr könnt, natürlich könnt ihr das reinfragen, das ist ja kein Problem. Also. Ähm. Ja, das. Das wäre für mich sogar sehr hilfreich. Und. Ähm. Ähm. Ja. Ansonsten würde ich sagen, war's das mit der Folge. Und wir sehen uns bei den nächsten wieder. Bis dann. Ciao, ciao.